hallo ich bin's wieder euer Elyria heute mit Lost Ark und zwar wie man die Erwachungschaos fragmente kaufen kann die braucht man für die Erweckung dass man die benutzen darf braucht man ein Chaosfragment wo gibt es die wenn man keine mehr hat in jeder große stadt und zwar beim gemischt warenhändler das Symbol sieht so aus hier das ist die Kiste oder so eine Kiste Päckchen wo aufgeht wir sind hier in Burg Wern hier ist die Chaos Dungeon und unterhalb der Chaos Dungeon ist der Händler wie gesagt gibt es in jeder großen Stadt wo es Chaos Dungeon und Gedönse gibt wir sind hier jetzt in Burg Wern gehen wir mal hin zu dem Kollege der hier und hier hat er Chaosfragmente kostet 250 Silber also fast nix da können wir einkaufen quasi anklicken links klick könnt ihr so viel reinhauen wie ihr wollt im Prinzip hier wird das halt hochhauen bis 60 100 stück weil das braucht ihr immer kauft ihr so wie ihr wollt geht auf kaufen und dann habt ihr die drin geht glaubt bis auf 999 stackbar so viel wie ihr halt selber habt kauft ihr was dann geht auf verlassen und dann habt ihr die ja das war es dann auch schon probiert es aus macht was draus euer Lyrio ciao